Die Bundesnetzagentur rechnet mit dauerhaft hohen Strompreisen. Behördenchef Klaus Müller sagte der Rheinischen Post, dass die Zeit des billigen Stroms vorbei sei. Zumindest solange noch große Mengen konventionell erzeugter Energie verbraucht würden. Zu den Strompreisen sagte Müller, zwar seien die Großhandelspreise verglichen mit 2022 deutlich gefallen, dennoch sei das Preisniveau höher als vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Bei der Gasversorgung in diesem Winter sieht Müller weiter Risiken. Für eine Entwarnung sei es noch zu früh. Bislang sei Deutschland aber gut durch die Jahreszeit gekommen. Das Vergleichsportal Check24 hatte zuvor Prognosen zur Entwicklung der Gas- und Strompreise im kommenden Jahr abgegeben. Demnach dürften die Gaskosten für Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahresvergleich um durchschnittlich 17 Prozent steigen. Bei einer vierköpfigen Familie sind das rund 370 Euro an jährlichen Mehrkosten. Gründe sind die höhere CO2-Abgabe, der Wegfall der Gaspreisbremse sowie die Wiederanhebung der Gasmehrwertsteuer auf 19 Prozent.